Bevor ich anfange, möchte ich mich einmal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Sebastian Görke, ich arbeite für die Firma CST. CST kennt man vielleicht noch von früher vom Radsport, die haben da ein Team gesponsert. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich hier sein darf, weil eigentlich bin ich auch eine ganze Weile schon im Foskes Umfeld unterwegs. Ich habe mich schon seit 2009 früher im Degree-Projekt getummelt und seitdem ich bei CST arbeite, beschäftige ich mich eigentlich allgemeiner mit Open-Source-GIS und möchte heute mal ein bisschen was dazu erzählen, wie vielleicht der GIS-Arbeitsplatz der Zukunft aussehen könnte. Zuallererst möchte ich einmal nur mit dieser Folie zeigen, für die, die den CST jetzt nichts sagt, wer wir sind. Wir gehören schon auch zu den etwas größeren IT-Dienstleistern mit weltweit über 66.000 Mitarbeitern in über 60 Ländern, bei über 2.500 Kunden und ungefähr 8 Milliarden Dollar Jahresumsatz. Genau. Ganz zuallererst möchte ich noch auf eine Veranstaltung hinweisen. Wir haben so eine Reihe von Online-Workshops zum Thema Open Data und da findet der nächste als Diskussionsrunde online statt zum Thema Offen nur gegen Gebühr, die Open Data-Gretchen-Frage. Ich denke, das wird ganz spannend. Das haben sich auch schon ganz spannende Leute angemeldet und das Ganze findet eben am 13.04.15.30 Uhr im Web statt. Weitere Informationen gibt es unter ogav.de. So, dann möchte ich tatsächlich ins Thema einsteigen, der GIS-Arbeitsplatz der Zukunft. Nun ist es so, dass sich viele Unternehmen natürlich Gedanken darüber machen, wie denn so der Arbeitsplatz, also der Büroarbeitsplatz der Zukunft aussehen kann. Und ja, CSC hat dazu im letzten Jahr eine Studie gemacht mit einer Befragung. Ich habe jetzt hier mal exemplarisch zwei Fragen mit den entsprechenden Antworten auf Deutschland bezogen herausgepickt. Die Frage Nummer eins ist mit Blick in die Zukunft, welche Einsatzgebiete des IT-Arbeitsplatzes werden für das digitale Business in Zukunft wichtiger? Und es ist ganz interessant, dass eben über die Hälfte der Befragten, also es wurden Mitarbeiter von Unternehmen befragt, gesagt haben, auf Reisen, im In- und Ausland, im Homeoffice vor allem und auch beim Kunden oder beim Geschäftspartner, ist es halt wichtig, dass ich auf meinen Arbeitsplatz, meinen IT-Arbeitsplatz zugreifen kann. Ganz interessant ist dann auch das Ergebnis bei der zweiten Frage, die ich kurz vorstellen möchte. Was sind die größten Stolpersteine am IT-Arbeitsplatz, die Sie von Tätigkeiten des Kerngeschäftes abhalten? Und da ist ganz Nummer eins der schlechte oder nicht vorhandene Zugriff auf Unternehmensdaten gerankt. Und darüber hinaus die zu langsame IT im Störungsdienst und die mangelnde Flexibilität der IT bei neuen Anforderungen. Also es ist schon, man kann erkennen, dass da auch neue Bedürfnisse entstehen. Die ganze Studie kann man sich übrigens auf der unten angegebenen Webseite ziehen. Da sind halt noch ein paar mehr Fragen und das Ganze bezieht sich auch auf die DACH-Region. Also da gibt es tatsächlich auch für die Schweiz und für Österreich entsprechende Auswertungsergebnisse. Diese ganzen Studienergebnisse rund um den Arbeitsplatz der Zukunft betreffen natürlich auch unseren GIS-Arbeitsplatz. Also jemand, der beispielsweise ganz klassisch mit einem FAT-Client, mit einem Desktop-GIS arbeitet und hat seine Daten im lokalen Speicher oder im File-Server. Zusätzlich gibt es natürlich noch Web-Dienste aus dem Intranet oder aus dem Internet, auf die entsprechend zugegriffen werden kann. Hier handelt es sich jetzt natürlich um eine vereinfachte Darstellung. Man kann sich jetzt hier noch eine Web-GIS-Anwendung dazudenken und auch weitere Zugriffe wie Datenbankserver und so weiter. Aber grundsätzlich bildet das hier mal vereinfacht den klassischen GIS-Arbeitsplatz ab. Jetzt haben wir aber durchaus ein paar kritische Aspekte beim typischen GIS-Arbeitsplatz. Der typische GIS-Arbeitsplatz ist nämlich wartungsintensiv, was die Basis-IT angeht. Also wenn man davon ausgeht, dass man natürlich nicht nur einen GIS-Arbeitsplatz hat, sondern in einem Unternehmen oder in einer Organisation ganz viele GIS-Arbeitsplätze hat und die müssen natürlich alle konfiguriert werden und die brauchen auch alle Hardware und so weiter und so fort. Das heißt auch, der Betrieb wird entsprechend dadurch teuer. Das Ganze ist natürlich auch nicht unbedingt gut skalierbar, denn wenn ich skalieren will, brauche ich Geld für neue Hardware und so weiter und so fort. Und das muss man natürlich auch beschaffen. Also es ist auch ein Zeitfaktor, der da mitspielt. In den meisten Fällen ist es auch so, dass die Clients Desktop-Rechner sind, die im Büro stehen. Das heißt, ich kann meinen GIS-Arbeitsplatz eigentlich nur effizient vom Büro aus nutzen. Klar, man kann natürlich auch sagen, wenn man einen Laptop hat, geht das vielleicht auch von zu Hause. Dann habe ich aber vielleicht auch das Problem, dass ich nicht ins Firmennetz komme oder nur über Hürden wie beispielsweise VPN-Verbindungen. Was ich auch gelernt habe, ist, dass ein GIS-Arbeitsplatz definitiv auch eine ganz komplexe Sache ist. Also im Vergleich zu anderen Verwaltungsanwendungen ist ein GIS-Arbeitsplatz, also beispielsweise Verwaltungsanwendungen, ist ein GIS-Arbeitsplatz echt recht komplex, weil eben verschiedene Datenquellen da eingebunden werden müssen. Es gibt auch verschiedene Tools. Also man hat ja nicht nur ein Desktop-GIS, sondern man hat natürlich auch weitere Anwendungen rundherum. Und die machen eben den typischen GIS-Arbeitsplatz, wenn man so auf die Ergebnisse von dieser Umfrage schaut, für die Zukunft eigentlich weniger attraktiv. Das heißt, man braucht Lösungen, wie man eben solche Arbeitsplätze in Zukunft gestalten kann. Jetzt kann man natürlich direkt auf die Idee kommen, okay, da gibt es ja das WebGIS, ich sage jetzt bewusst WebGIS und meine damit nicht Geodatenportale, weil die braucht man mit Sicherheit auch, also diese klassischen Gucken- und Druckenanwendungen, sondern ich meine tatsächlich ein WebGIS, wo ich hochkomplex eigentlich das abbilde, was im Desktop-GIS passiert. Bei so einem WebGIS ist es aber allerdings auch so, dass sich da Fragen aufwerfen. Deswegen möchte ich hier ein paar Aussagen treffen, also warum das WebGIS nicht die Lösung ist. So ein WebGIS, also eins, was Desktop-Funktionalität nachbilden möchte, ist teuer in der Entwicklung. Zumeist ist es auch weniger oder weniger umfangreich als das eigentliche Desktop-GIS, was ich im Einsatz hatte oder haben möchte, weil eben die Entwicklung so teuer ist. Darüber hinaus habe ich auch wieder eine recht wartungsintensive Idee, also damit meine ich die Server, auf denen das WebGIS betrieben wird, weil die müssen auch entsprechend gewartet werden. Hohe Skalierbarkeit ist beim WebGIS eben auch nur dadurch erreichbar, dass ich mit größerem Aufwand arbeite. Also sprich, wenn ich merke, oh Mist, mein Server reicht mir nicht, brauche ich einen neuen Server. Oder ich muss ein Cluster aufbauen, also muss ich mir eine komplette Cluster-Infrastruktur ausdenken und selber aufbauen. Und das führt dann wieder dazu, dass die Wartung intensiver wird. Also hier gibt es tatsächlich signifikante Nachteile bei so einem vollwertigen WebGIS. Also ich sage explizit vollwertiges WebGIS, weil ich durchaus der Meinung bin, dass so ein Geo-Viewer, wo man eben Daten anschauen kann, sich informieren kann und auch ausdrucken und so weiter, den finde ich durchaus auch sinnvoll und notwendig. Genau. Ja, die Lösung des Problems für den GIS-Arbeitsplatz der Zukunft stellt aus meiner Sicht die Nutzung von Cloud-Ressourcen dar. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Man kann beispielsweise, könnte man so ein vollwertiges WebGIS auch einfach über Cloud-Instanzen bereitstellen, dann hat man das Skalierungsproblem zum Beispiel nicht mehr. Aber ich möchte hier mal ein paar etwas andere Lösungen vorstellen. Es gibt Dienste wie den AWS Workspace, mit dem ich einen Desktop-as-a-Service bereitstellen kann in der Cloud. Das ist im Prinzip nichts anderes wie eine Citrix-Installation in einer eigenen Server-Farm. Ja, dann gibt es sogenannte Streaming-Dienste, wo die Anwendungen gestreamt werden. Dazu gehören von der Azure Cloud, von Microsoft die Anwendung Remote App oder auch von AWS AppStream 2.0, wo ich gleich mal ein Beispiel zeigen werde, wie das Ganze vonstatten geht oder gehen könnte mit AWS AppStream 2.0. Darüber hinaus gibt es natürlich in der Cloud ganz viele Möglichkeiten, beispielsweise mit einem Datenbankdienst wie AWS RDS, meine komplette Datenbank in der Cloud zu betreiben. Oder auch stehen mir eben entsprechende Dienste zur Verfügung, mit denen ich beispielsweise ein Hadoop-Cluster auf der AWS aufsetzen kann oder auf der Azure und entsprechend auch wesentlich komplexere Dienste auch als Datenquellen nutzen kann zur Arbeit mit meinem GIS. Genau. Wie gerade schon gesagt, möchte ich hier jetzt im Weiteren ein bisschen mehr auf AWS AppStream 2.0 eingehen. Und dazu ist es erst mal wichtig, überhaupt zu klären, was es ist. Also AppStream 2.0 ist eine AWS-Anwendung, die gibt es so auch erst seit dem letzten Dezember. Mit der kann ich eben, das ist eine Anwendung in der Cloud, mit der kann ich eben Anwendungen, Desktop-Anwendungen auf Client-Rechner streamen. Das Ganze funktioniert über einen Browser. Dazu muss der Browser lediglich HTML5 können, was eigentlich ziemlich cool ist. Also ich muss überhaupt nichts installieren. Ich brauche nur einen HTML5-fähigen Browser und kann mit einem Desktop-GIS arbeiten. Das geht sogar auf mobilen Endgeräten. Die Abrechnung erfolgt, wie das üblich ist, bei Cloud-Anwendungen nach der Nutzung. Das heißt, ich stelle mir nicht erst irgendwie teure Citrix-Server oder Desktop-Rechner in verschiedensten Ausführungen ins Haus und habe die dann bezahlt, sondern ich bezahle nur das, was ich wirklich brauche. Das Ganze ist auch extrem schnell verfügbar. Also das, was ich jetzt gleich zeigen werde, ist irgendwie ein Arbeitsaufwand von insgesamt einer Stunde inklusive Wartezeiten gewesen. Und der für mich interessanteste Punkt dabei ist natürlich, dass die Anwendungen SS verwendet werden können. Das heißt, ich habe ganz einfach eine Desktop-Oberfläche zur Verfügung. Da installiere ich die Anwendungen, konfiguriere das so, wie ich das haben möchte und diese Anwendung wird dem Nutzer dann über den Browser bereitgestellt. Das heißt, ich kann einfach meinen Desktop-GIS nehmen, schmeiße das da rein, installiere das da, konfiguriere das so durch, wie ich das brauche und kann das meinen Nutzern bereitstellen. Also bis hin zu fertigen Projektdateien, die eben direkt beim Startup aufgerufen werden. Hier mal ein bisschen was zur Architektur, wie das Ganze nachher aussehen kann und aussieht. Auf der rechten Seite haben wir die Clients. Da wird eben die Anwendung hingestreamt. Das sind eben jedwede Geräte, die man als Endnutzer nachher im Einsatz haben kann. In der Mitte haben wir den App-Stream von Amazon. Da habe ich jetzt mal hier beispielhaft QGIS und Hale eingestellt. Wem ist Hale ein Begriff? Hale Studio? Okay, es sind ein paar. Hale ist im Prinzip ein ETL-Werkzeug, Open-Source-ETL-Werkzeug, mit dem ich Schematransformationen von Datenmodellen durchführen kann. Ganz speziell auch für Inspire zum Beispiel geeignet. Diese App-Stream-Anwendungen können natürlich auf weitere Ressourcen in der AWS-Cloud oder sonst wo zugreifen. Bei der AWS-Cloud habe ich jetzt mal beispielhaft den Amazon ADS, also den Datenbankdienst von Amazon angegeben. AWS IoT, also ich könnte auch tatsächlich Daten aus Geräten, die im Internet of Things unterwegs sind, also Sensoren im Wesentlichen abziehen und die eben auch nutzen in der App-Stream 2.0-Anwendung. Oder eben auch ganz klassisch von Amazon EC2-Instanzen, das sind im Prinzip virtuelle Maschinen-Server in der AWS-Cloud. Darüber hinaus kann ich natürlich mit dem Internetzugriff alles Mögliche anbinden, was im Internet rumfliegt. Was ich jetzt hier gerade nicht drauf habe, ist, dass es natürlich auch eine Austauschmöglichkeit gibt, lokale Daten hochzuladen. Das zeige ich aber gleich am Live-Beispiel, wo ich auch fast schon angekommen bin, möchte ich noch eine Folie hier verwenden, wie das Ganze noch einfacher wird, indem man nämlich Continuous Delivery-Tools einsetzt. Also das sind Tools aus dem DevOps-Umfeld. Wem ist DevOps grundsätzlich ein Begriff? Hier sind auch ein paar, das ist eben die Verknüpfung von Development und Operations. Also sprich, es gibt eigentlich einen kontinuierlichen Fluss von Software in den Betrieb. Also bei Google Analytics zum Beispiel, das werden die meisten auch kennen, ist es so, da laufen am Tag 200 Deployments am Tag. Das merkt, glaube ich, niemand der Nutzer. Wie viele Minuten noch? Okay, genau. Ja, mit Tools wie Ansible und Co., also Ansible ist so ein IT-Automatisierungstool, ist es mir möglich, dass ich das, was ich gerade in der Architektur aufgezeigt habe, noch weiter automatisieren, wie das sowieso schon in der Cloud der Fall ist. Das heißt, ich habe über ein automatisiertes Deployment die Möglichkeit, Software so bereitzustellen, dass es keine weiteren manuellen Eingriffe mehr notwendig sind. Es gibt eine geringere Fehleranfälligkeit in der Konfiguration und über die automatisierte Provisionierung ist das System immer aktuell. Und die Betriebskosten oder die Aufwände, mein System auf dem Stand zu halten, werden minimiert. Jetzt hier einmal ein bisschen ein Beispiel, das ist jetzt in der Browser-Anwendung, so sieht das aus, wenn ich das als Nutzer aufrufe. Das ist jetzt ein QGIS vorkonfiguriert, das startet genau so, wie ihr das jetzt seht. Hier oben gibt es so eine Leiste mit verschiedenen Steuerungselementen, da habe ich zum Beispiel so einen Session-Folder, wo ich eben lokale Daten da hochladen kann, kann die bearbeiten, schläge die wieder in den Session-Folder ab und lade die mir runter. Ja, relativ einfach, ich muss also keine Installation bei mir lokal vornehmen von einem GIS. Ich kann die Anwendung relativ einfach wechseln, also auf der linken Seite habt ihr die Helloberfläche, rechts das QGIS, das geht auch über die Buttons oben und ich kann natürlich auch das ganze Spiel im Vollbild praktizieren. So, jetzt hier mal eine Gegenüberstellung von den verschiedenen Bereitstellungstypen. Bei den Kosten haben wir eben bei der Standard-GIS-Bereitstellung hohe Betriebskosten, beim WebGIS sind es eben Entwicklungskosten, die recht hoch sind. Beim AppStream 2.0 habe ich die gleichen Kosten natürlich wie beim Standard-GIS hinsichtlich der Entwicklung, aber im Betrieb ist es wesentlich günstiger. Bei der Skalierbarkeit geht es beim Standard-GIS eben nur über Hardwarekauf, das ist beim WebGIS genauso. Zusätzlich noch die Clustering-Geschichte. Bei AppStream 2.0 geht es per Mausklick. Zur Nutzbarkeit, Standard-GIS-Bereitstellung ist meistens nur im Firmennetz oder am Büroarbeitsplatz möglich. WebGIS und AppStream 2.0-Anwendungen kann man eben von beliebigen Geräten nutzen, wenn man es entsprechend konfiguriert. Bei der Wartbarkeit ist es so, da habe ich beim Standard-GIS einzelne Arbeitsplatzrechner, beziehungsweise die Citrix-Server. Beim WebGIS habe ich einzelne Server. Und im Image-Bilder habe ich Konfigurationen einfach über die VM. So, jetzt habe ich schon fast meine letzte Folie. Hier mal ein Beispiel. Tatsächlich Real-Life. Die Berechnungsbasis von diesen beiden Zahlen sind 28.000 Desktop-GIS-Betriebsstunden auf ein Jahr gerechnet. Und ich das gegenüberstelle. Also das habe ich jetzt tatsächlich, das ist ein Real-Life-Beispiel, was ich rausgezogen habe. Die Kosten in einer größeren Organisation 32.000 Euro im Jahr alleine IT-Betrieb. Da ist keine Lizenz von irgendwelchen proprietären Softwaren dabei, sondern allein der IT-Betrieb ist da so teuer. Und wenn ich das Gleiche mit AppStream 2.0 mache, lande ich irgendwie bei 6.300 ungefähr. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Grund, warum man sich zusätzlich zu den genannten Argumenten definitiv mal mit solchen Modellen auseinandersetzen sollte. Und dann bin ich auch schon durch mit meinem Fazit. Der GIS-Arbeitsplatz der Zukunft setzt definitiv auf die Cloud. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt stehe ich für Fragen bereit. Ja, eine Frage da hinten. Ich finde die These gut, dass der GIS-Arbeitsplatz zukünftig auf die Cloud setzen könnte. Aber die Realisierbarkeit, da fehlt mir im Moment die Fantasie. Es ist ja so, sowohl in Unternehmen als auch in Behörden wird ja mit sensiblen Daten gearbeitet. Datenschutz, verschiedene Verfahrensstände, die einfach gar nicht an die Öffentlichkeit kommen dürfen. Wenn ich jetzt diese Daten in die Cloud lege, dann sind sie ja zwar nicht in der Öffentlichkeit, aber zum Beispiel bei einem riesengroßen Konzern wie Amazon, kann ich mir im Moment nie vorstellen. Wie ist da der Standpunkt dazu? Ja, mit so einem Argument habe ich natürlich gerechnet. Da gibt es ein cooles Beispiel von Siemens, die mit ganz vielen Ingenieuren mit AppStream 2.0 mit CAD-Systemen arbeiten, was eben Produktentwicklung ist. Und die machen das über AppStream 2.0. Also die setzen tatsächlich darauf, dass eben an der Stelle Amazon die nötige Sicherheit gewährleistet, dass eben die Daten dann nicht angefasst werden und so weiter und so fort. Das ist jetzt mal ein Beispiel von einem großen Konzern, der das eben so sieht. Sind Beispiele aus der Verwaltung, also aus der öffentlichen Verwaltung da auch bekannt? Bis jetzt nicht. Also ich habe ja eben auch schon gesagt, AppStream 2.0 gibt es auch erst seit Dezember. Das heißt, es ist alles prototypisch und so weiter. Allerdings ist es natürlich auch so, dass wir in Deutschland beispielsweise mit dem kommenden Open Data Gesetz auf der Bundesebene so ziemlich alle Geodaten sowieso zu veröffentlichen haben. Also sehe ich da jetzt nicht so das große Problem in dem Bereich. Natürlich gibt es sensible Daten. Das trifft nicht auf jeden Arbeitsplatz oder auf jeden Datensatz. Aber ich bin mir sicher, dass es einige Datensätze gibt, die eben sowieso als Open Data bereitgestellt werden, wo man eben auch die Bearbeitung so durchführen könnte. Ja, ich bin ja an der Hochschule tätig und für mich interessant ist das Kostenthema. Wir haben ja den Vorzug an der Hochschule in der Ausbildung, dass wir viele Software sehr günstig und viele eben auch kostenlos kriegen, abgesehen natürlich sowieso von dem Open Source Bereich. Gibt es da irgendwelche Ansätze? Weil wenn ich das Studierenden beibringen möchte, dann ist das natürlich ein Kostenthema. Also die Frage bezieht sich jetzt darauf, das zu lehren oder darauf, selber an der Hochschule mit so einem Modell zu arbeiten? Beides verschwinden. Okay, okay. Also bei dem Punkt, das selber zu nutzen als Hochschule, ist es so, dass Microsoft, also mit Azure und auch Amazon, mit der AWS, da auch Modelle für Hochschulen auch anbieten. Jetzt weiß ich nicht genau, wie es bei AppStream aussieht, aber grundsätzlich gibt es da auch bessere Raten, als das für Unternehmen der Fall ist. Und bei den Kosten habe ich ja eben mal kurz aufgezeigt, da wird tatsächlich nur nach Benutzung abgerechnet. Das heißt, wenn ich so ein Ding für den Tag mal laufen habe, dann habe ich, weiß ich nicht, vielleicht 10 Euro oder sowas an der Backe und das war es. Haben Sie auch die Frage der Benutzer- und Rechteverwaltung etwas vertieft, wie das zu integrieren ist mit der eigenen Organisation? Also da gibt es tatsächlich auch schon Best Practices von AWS selber im Netz zu finden, zum Thema beispielsweise LDAP-Anbindung und Sammel-2.0-Anbindung, Single Sign-On und so weiter. Also die haben sich damit schon beschäftigt. Ich selber habe da jetzt noch nicht mit gewerkelt, aber das steht mit Sicherheit im Ausbau von diesem Showcase hier auf jeden Fall noch an. Vielen Dank.